Ja, mal wieder ausziehen und ein bisschen an mir... Oh! Oh! Willkommen! Dass ihr auch mal wieder da seid. Ich dachte, ich stelle mal wieder meine Hackfresse vor eine Kamera. Warum? Fragt ihr euch jetzt. Ist eigentlich ein sehr spontanes Video. Es war eigentlich so, es ist wieder Ende Jahr. Und wie immer gibt es da ganz viele Menschen, die da so Rückblicke machen und sich so Gedanken machen über das Leben und was nächstes Jahr kommt. Boah, da gehöre ich nicht dazu. Ich dachte mir einfach, wir können ja mal kurz ein bisschen rekapitulieren. Eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen. Dann möchte ich einen kurzen Ausblick machen, was es denn so in nächster Zeit noch bei mir geben wird. Und dann möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken, denen ich noch nicht danken konnte. Bei solchen Videos kann man das immer sehr gut machen. Ich entschuldige, wenn es ein bisschen casual ist. Es ist wirklich sehr spontan. Es ist auch vor ein bisschen Ende des Jahres. Es wird aber ein bisschen später aufgeladen. Aber heute habe ich wirklich gut Zeit. Und meine Eltern sind außer Haus. Die fragen mich da nicht, warum ich mit einer Kamera rede. Okay, die denken wahrscheinlich eh schon, da ist Hopfnummern verloren bei dem Vogel. Deswegen viel kaputt machen kann man da eigentlich nicht mehr. So, dann was könnte ich sagen. Ja, 2015 war ein spannendes Jahr. Also YouTube-technisch ist für mich ein Hobby. Aber so privat sehr viel passiert, sehr viel ist es gegangen. Ich möchte, das Einzige, was ich sagen kann, YouTube-technisch ist, dass ich nun jetzt die 1000 Videos erreicht habe. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 1000, irgendwas, 7, 10, irgendwas 1000 Videos. Ich bedanke mich jedenfalls bei den vier Menschen, die mich verfolgen, die es mir ermöglicht haben, diese 1000 Videos zu machen. Dann natürlich auch, dass ich durch die Menschen, die mir zuschauen, die paar mich auch an neue Spiele angepackt habe, wie Brothers in Arms und SWAT 4. Auch das SWAT 4 habe ich schon vorher gezockt, aber das ist Ewigkeiten her. Jo, das ist eigentlich so das, was so 2015 passiert und kommen und gegangen ist. Und was weiß ich. Kommen wir doch mal zu 2016. 2016 wird ein, naja, ich würde mal sagen, YouTube-Day nicht bleibt eigentlich alles beim Alten, nur privat geht da sehr, sehr viel. Ich werde ab nächstem Jahr, also wahrscheinlich ab Herbst, wird da umgekehrt eine Weiterbildung besuchen. Das heißt, nicht, dass er noch weiter degeneriert, als er sonst schon ist und zwischendurch, dass ich nicht nur noch grunze, wenn ich mich unterhalten möchte. Nee, ich muss auch mal wieder in die Schule Weiterbildung machen, mache dann was zur Betriebswirtschaft, wenn ich noch irgendwas Produktives in meinem Leben erreicht habe und dass ich mir dann selber auf die Schulter klopfen kann. Das wird dann wahrscheinlich zur Folge haben, dass etwas, das könnte sein, dass manchmal ein bisschen weniger Videos kommen. Das liegt dann daran, dass ich nicht ganz so zügig dazu komme, irgendetwas zu machen. Und ja, das könnte sein, dass da ein paar Einbußen gibt, aber hey, für das habe ich ja Projekte, die auch ein bisschen unabhängiger voneinander kommen können, wo ich dann ein bisschen zählen kann. Das ist eigentlich das, was privat, das müssen wir mal kürzen, weil ich ja auch so tollen Bartwuchs habe. Jedenfalls möchte ich nun kommen zu den Projekten, die 2016 noch so kommen sollen, möchte, soll, kann, irgendwas. Jedenfalls möchte ich definitiv Sword 4 noch zu Ende spielen, auch wenn mich wahrscheinlich dann wieder tausende Menschen auslachen werden, tausende Menschen auslachen werden, weil ich dann wieder bei jeder Mission verwecke, aber irgendwie ist das Spiel, das liegt mir extrem am Herzen, weil es einfach in meiner Kindheit war ein tolles Spiel, wo ich das nicht hätte spielen dürfen, aber egal, jetzt wisst ihr, warum ich so geworden bin. Aber es liegt mir wirklich sehr am Herzen, das Spiel, weil ich habe es damals wirklich nur abgebrochen, weil ich angefangen habe, mit dem Spiel herzuziehen, schlecht Rufmord gegenüber Sword 4 zu betreiben, und das hat das Spiel nicht verdient, dass es wirklich nicht schlecht ist, aber ich einfach zu blöd bin, es zu spielen, und das kann schon mal passieren. Das möchte ich definitiv noch zu Ende machen. Damit es juckt mich überall, Geh mal duschen, aber wer macht das schon als Computerspieler? Kann doch nicht duschen, kann doch den Leuten nicht ihr verkorkstes Weltbild zerstören. Jedenfalls, das nächste Projekt, das ich definitiv machen möchte, ist Pokémon Silver, das definitiv Grandomized, nehme ich wieder, so, jetzt geht es besser, möchte ich definitiv machen, auch aus dem Grund, weil ich Pokémon sehr ins Herz geschlossen habe, und weil Leute mir gesagt haben, ich könnte gut komische Geräusche imitieren, und bei Pokémon Silver kann man das noch, weil noch nicht so viele tolle Geräusche implementiert sind, dann möchte ich das definitiv so machen. Ne, haben wir das gesagt, dann möchte ich definitiv auch noch Overlord 2 spielen, weil Overlord 1 muss, ganz ehrlich sagen, ich habe das ja mal vor Jahren als Let's Play gesehen, und hätte nicht gedacht, dass es so, so Flash, richtig Spaß macht, es macht richtig Spaß, und ich glaube, der zweite Teil macht dann nochmal ein bisschen mehr Spaß, ob ich Rise in Hell, das habe ich übrigens auch, ich habe da so ein Komplettpackage gekauft, wird definitiv auch noch kommen, ich habe da richtig Lust drauf, kann man richtig fies sein, ein türkischer Fiesling sein, nein, kein türkischer, ein türkischer Fiesling, und, ja, möchte ich definitiv machen, habe ich auch richtig Spaß mit, und ich hoffe, ja auch. Was sonst noch so für Projekte kommen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da möchte ich offen bleiben, bei den normalen Spielenprojekten, da ich mir nicht ganz sicher bin, was dann so ansteht, auf was ich dann Lust habe, und, und, und. Dann möchte ich definitiv die, Entschuldigung, wenn man mal mexikanisch essen, dann sagt der Magen, Arriba, ich komme gleich wieder raus. Naja, jedenfalls, das Talkformat möchte ich unbedingt weiter betreiben, Quatsch, mal ein Zahnrocker, macht Spaß, ist gut aufzunehmen, überfordert mein kleines Gehirn nicht, deswegen kann man da, kann man das eigentlich gut mal zwischendurch einstreuen. Das Projekt, was ich eigentlich definitiv auch weitermachen möchte, ist gestaged, oder es wird gestaged, heißt das glaube ich, ist einfach so, weil der Tank mir sehr am Herzen liegt, weil er von allen eigentlich diskriminiert wird, weil er ein bisschen komisch aussieht, aber ich finde, ich habe ihn extrem ins Herz geschlossen, weil man da mit echt Leuten auf den Keks gehen kann, und ich möchte dieses Format definitiv weiterführen, der Fly hat in einem Anfall aus Wahnsinn sein FV verkauft, ob er dann wieder kaufen wird, weiß ich nicht, aber er wird dann wahrscheinlich mal mit einem anderen Tank mitfahren, glaube dann sicher, irgendwann mal mit dem WT auf Ehrenhundert, und dann können wir maximal Leute nerven, er mit seinen 5- oder 6-Schusszylindern, ich mit meiner Glaskanone, das könnte lustige Kombi werden, weil wir halt zwei Tanks aus Papier sind, und dann halt einfach austeilen wie die Chefs, und das macht auch echt Spaß zum Aufnehmen, es geht auch sehr einfach zum Aufnehmen, jeweils für mich, und auch zum Schneiden, da ich jetzt nicht wirklich ein Videokünstler bin, in dem Sinn, und das ist sehr praktisch zum Aufnehmen, und das möchte ich definitiv machen, wie gesagt, bei den anderen Projekten möchte ich mich nicht festlegen, weil ich da mal der Meinung bin, es muss auch noch so sein, dass ich wirklich Bock auf die Spiele, habe, weil sonst, ich habe es letztens gemerkt, bei den Pokémon Parts, bei den letzteren, war ich etwas zu unmotiviert, und das gefällt mir nicht, und wo ich Pokémon echt gerne spiele, das liegt jetzt nicht daran, dass ich keinen Bock darauf hätte, aber irgendwie kam das nicht, für mich kam das irgendwie nicht richtig rüber, und ich möchte das nicht, dass es dann in so einer Sache endet, dass dann irgendwie nur so unmotiviert kommentiert wird, und man dann vor einem Bildschirm sitzt, und nur noch so macht genau, und das möchte ich ja nicht, deswegen möchte ich mich da nicht zu festlegen. So, jetzt habe ich viel über 2016 getalkt, passiert eigentlich nicht viel, hässlicher wird man, wenn ein Jahr älter, ein paar Falten mehr, vielleicht kommen noch ein paar männliche Züge dazu, wer weiß, die Natur ist manchmal unwarmherzig, vielleicht ist sie dieses Mal mal nett zu mir, wer weiß, möchte ich doch noch, bevor wir hier noch weiter irgendwie abschweifen, möchte ich doch noch kurz ein paar Leuten danken, und da persönlich, und das sind solche Videos, die eignen sich eigentlich immer dazu, weil man die Haarfresse mal sieht, man sieht, dass ich es ernst meine, ich versuche es jedenfalls nicht, dass die Leute dann denken, das ist voll der Assi, der kann nicht mal nett zu Menschen sein, obwohl mir das sehr schwer fällt, viele wissen das, nee, eigentlich nicht, ich bin ein richtig netter Kerl, wenn ich schlaufe. So, dann möchte ich dem ersten, den ich mal danken möchte, ist definitiv dem Onkel Fly, dem Onkel Fly möchte ich danken, dass er mit so einem Vogel, wie mir im B.O.T. spielt, mit dem Vogel, im wahrsten Sinne der Worte, wenn er mit dem B.O.T. zusammen spielt, und, ja, das möchte ich dir mal danken, dass du es überhaupt so lange mit mir ausgehalten hast, TS-mäßig und dem B.O.T., und ich hoffe, wir können noch ein paar epische Matche machen, die wir dann hoffentlich auch dieses Mal mal auf Band, haben, und nicht nur immer offscreen, und ich bedanke mich jedenfalls bei dir, dass du da so tatkräftig mich unterstützt. Dann möchte ich dem nächsten, das ist dem Sascha danken, ja, du weißt, wer gemeint ist, Sascha, dass du nach einem Jahr Abstinenz von mir, eigentlich immer noch genau gleich, wenn ich noch ein bisschen mehr gelitten hast als ich, wird es aber trotzdem immer noch gut verstehen, wo ich mich manchmal weit zum Fenster rauskenne, und du mit mir manchmal in Relive echt komische Situationen hast, möchte ich mir einfach bedanken, dass du da bist, mir an Skype Parole bietest, und auch mal sagst, dir gibt es sowieso nichts, und bin stolz auf dich, dass du selbst jetzt lässt, dass wenn ich da bin, dass wir beide was davon haben, du lachst, und ich lache dann, Tränen, und beide dann die ganze Nacht. Ja, dann möchte ich definitiv noch den anderen von Skype danken, die, ich war nur kurz, kenne ich nicht, weiß, ob die das Video sehen, wenn ich doch, dass der Sascha dann teilt, jedenfalls auch euch danke, dass ihr, auch wenn ihr wisst, dass ich ein bisschen gelitten habe, auf dem Schlitten, dass ihr wisst, oh, wir tun einfach mal so, was würden wir ihn akzeptieren, im Nachhinein dann immer auch, ist er endlich weg, aber ich bedanke mich jedenfalls auch bei euch, es wird langsam wieder ziemlich warm hier drin, eigentlich müsste ich auch ein T-Shirt rumrennen, aber ich wurde gezwungen, ein Pullover anzuziehen, aber es ist wieder extrem warm, naja, dann möchte ich definitiv auch dem Badrohr danken, dem mal ein Stück Zement, einfach auch für die, dass die Freundschaft eigentlich auch, wenn er so stark gewachsen ist, dass er eigentlich immer sich, so gut es geht, die Zeit für meine unqualifizierten Kommentare nimmt, und dass er eigentlich immer noch so greifbar bleibt, weil es gibt ja viele, die können mit so Macht oder so, können die schlecht umgehen, das heißt Macht, ich würde mal sagen, mit Berühmtheit, die können da schlecht damit umgehen, und ich möchte einfach danken, dass du das immer noch so beibehalten hast, dass man dich eigentlich immer noch anschreiben kann, und wie gesagt, dass du noch antwortest, auf meine unqualifizierten Kommentare, möchte ich mich bedanken, dann möchte ich mich definitiv auch bei Cheap Be Crazy, dem alten Kurt Nösi bedanken, einfach, dass er fleißig kommentiert, dass er da ist, dass er diese verstörenden Videos mit seiner Husky mitzimmer macht, muss ich ganz ehrlich sagen, mach so weiter, gefällt mir sehr gut, Videos unterhalten mich gut, ich gucke sie meistens auch in der Mittagspause auf Arbeit, wenn es mir richtig langweilig ist, und die helfen mir dann meistens auch so, ein bisschen die Zeit zu überbrücken. So, jetzt glaube ich, jetzt habe ich eigentlich alle erwähnen, die ich erwähnen wollte, sonst, wenn ich eben, ach nee, natürlich möchte ich ja auch noch ein, ich weiß nicht, ob ihr das Video seht, ich werde es ihm wahrscheinlich einfach aufs Auge drücken, jedenfalls möchte ich mich auch bei Steven, alias Yolocroc, bedanken, dass wir, obwohl er ja viel größer ist, ich kenne ihn glaube ich schon seit Ewigkeiten, ich weiß es gar nicht, ob es seit, oh man, war es sicher seit 2011, oder so habe ich ihn in Skype, aber irgendwie ist das immer so ein bisschen nebenher gelaufen, jedenfalls auch danke für die interessanten Skype-Gespräche, was ich, dass ich natürlich, weil Deathswickler es immer erfreut, wenn er mit Yolocroc reden darf, jedenfalls auch danke für die interessanten Skype-Gespräche, und auch zwischendurch, was du noch so erzählst, ist echt interessant, bedanke ich mich, und sonst, die Leute, die ich vergessen habe, so, möchte ich mich jedenfalls entschuldigen, weil ich die vergessen habe, aber ihr wisst ja, wenn, ihr müsst euch das männliche Gehirn so vorstellen, ihr habt so ein Kipplabyrinth, und zwischendurch kommt so ein Auslöser, und dann wird der durchgeschleust, und wenn halt die Kugel in ein Loch fällt, dann macht das einfach erstmal, und dann braucht es eine Zeit lang, bis der neue Impuls am Auslöser, also wenn er am Auslöser ist, und dann weiß man, was man sagen möchte, und dann ist es meistens schon zu spät, deswegen vergeht mir, wenn ich irgendjemanden vergessen haben sollte, auch bei euch bedanke ich mich, an meinen Zuschauern, ja, natürlich auch bei meinen Eltern, auch wenn die das Video nicht sehen werden, die wissen ja, die sagen sich zwar, okay, es gibt zwar nichts, aber wir tun so, als würden wir ihn mögen, es ist wie mein Großvater, der zu mir sagt, du bist mein Lieblings-Enkel, und dann muss ich halt einfach trocken antworten, ich bin dein einziger Enkel, aber, ja, so ist das halt, so, jetzt war aber ein ziemliches Casual-Video, war nicht viel geplant, ich habe kein Drehbuch, gar nichts, habe mir einfach gedacht, ich stelle mich mal vor die Kamera, tue so, als wäre ich wahnsinnig gut vorbereitet, und wahnsinnig lustig, und, hat es alles nicht geklappt, aber hey, was will man mehr, dann möchte ich doch sagen, wünsche ich euch jedenfalls, schöne Festtage, ich weiß nicht genau, wann das Video kommt, es wird wahrscheinlich noch vor Weihnachten kommen, nehme ich jetzt mal an, wenn ich die Planung dann nicht vergesse, wie gesagt, wenn die Kugel nicht im Kippler-Wirren verschwindet, und erst nach dem 24. ankommt, dann, oh, ärgerlich, aber ich glaube, ich lade es dann wahrscheinlich vor Weihnachten hoch, wünsche ich euch jedenfalls schöne Festtage, schönes neues Jahr, dann, und, bleibt alles sauber, seid nett zueinander, beschmeißt euch nicht mit Eis, sondern nur mit Schnee, Steine gibt es erst wieder nach Neujahr, dann bedanke ich mich für's Zuschauen, wünsche euch jetzt definitiv noch viel Spaß mit meinen Videos, die ihr gerade schaut, mit Quatsch malen Zahnlocker, wo wir gerne Themen senden können, mit Gestage, mit mir und dem Fly, und vielleicht noch anderen Projekten, und dann würde ich sagen, Peace, ich bin draußen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos, auf Wiedersehen.